60 Jahre Marktgemeinde, was bedeutet das für Abstorf? Vor 60 Jahren wurde unserer Gemeinde das Marktrecht verliehen. Das bedeutet, wir haben das Recht, Märkte abzuhalten. Jetzt werden viele von Ihnen sagen, naja, haben wir so viele Märkte? Ja, auf das Jahr verteilt mit dem Adventmarkt, mit den Flohmärkten, mit Kreativ, mit Hostermarkt und so weiter. Aber auch sehr viele Direktfahrermarkter sind in Abstorf aktiv tätig. Zusätzlich wurde der Gemeinde vor 60 Jahren auch ein Marktwappen genehmigt und verliehen. Das Marktwappen in Abstorf ist dreigeteilt. Auf der einen Seite Mitra und Bischofsstab steht für Kirche, weil wir aus Niederallteich ja aus einem Kloster gegründet wurden. Der zweite Teil Flugrat und Ehre signalisiert, wie wichtig die Bahn für Abstorf ist, aber auch die Landwirtschaft im fruchtbaren Dullnerfeld und die drei Hügel symbolisieren den Weinbau in Abstorf. Dieses Marktwappen kann als Logo einer Firma gesehen werden. Das heißt, es ist unsere Identität. Und das feiern wir sozusagen zum 60. Male, zum 60. Jahrestag. Abstorf war schon immer eine Gemeinde mit Visionen. Meine Vorgänger und Vorgängerinnen waren ebenfalls schon visionär und haben sehr erfolgreich für die Zukunft in Abstorf Entscheidungen herbeigeführt. Bedenken wir, wir waren die erste Gemeinde im Bezirk Tulln mit einem Freibad. Eine sehr mutige und vorausschauende Entscheidung. Aber auch die Zukunft fordert viele mutige Entscheidungen. Bedenken wir, wir haben einen neuen Kindergarten errichtet mit vier Gruppen, auch in einer nachhaltigen Form. Also keine Zwischenlösung mit Containern, sondern ein wirklicher hochwertiger Bau, der in Bälde eröffnet wird. Darüber hinaus fordern uns natürlich auch die Planungen, Erweiterung unserer Volksschule. Hier arbeiten wir seit einem Jahr sehr intensiv mit der Bundesimmobiliengesellschaft zusammen, um hier wirklich für Abstorf eine zukunftsweisende, nachhaltige Lösung zustande zu bringen. In diesem Sinne beglückwünsche ich unsere Gemeinde und wünsche auch allen Gemeindebürgerinnen und Bürgern eine gute Zukunft für die nächsten 50, 60 Jahre als Marktgemeinde, die wir gemeinsam auch mutig meistern werden.